Bisa, Bisa-Sar, meine Damen und Herren. Kam ja lange kein Video mehr hoch von mir. Das hatte einen Grund. Wie das Schicksal es so will, bin ich eines Morgens aufgewacht und meine Grafikkarte war im Arsch. Ja, mein PC lässt sich nicht mehr starten. Und das bedeutet eine Menge Let's Plays sind weg. Zum Beispiel das Ende von Banjo-Kazooie. Und eins, was ich mit Fleisch neu angefangen habe. Die müssten noch auf der Festplatte sein, wenn die nicht kaputt ist. Ansonsten, ja, ich versuche die Festplatte irgendwie zu retten. Extern, anschließen, bla. Es gibt aber eine gute Nachricht. Amnesia ist noch auf meinem Laptop. Und ich werde auch mit dem Laptop aufnehmen können, soweit ich das jetzt richtig sehe. Mal gucken, wie das wird. Und mein Laptop hat einen LAN-Kabelanschluss. Wer hätte das gedacht? Das bedeutet, ich kann am Wochenende hochladen. Amnesia. Und es wird gruselig. Gut, und jetzt etwas, wofür mich Draco und Fleisch wohl töten werden. Oder so. Es sind ja mittlerweile schon 90 Abonnenten. Und wir haben ein Special geplant. Eigentlich wollten wir das alle drei ansagen. Aber in letzter Zeit hatten wir irgendwie keine Chance, uns zu treffen, um das aufzunehmen. Und deswegen mache ich das jetzt einfach mal alleine. Das Special soll bei 100 Abonnenten kommen. Und wir nennen es Fleischsaft erklärt die Welt. Ja, wie wird das ablaufen? Ihr werdet auf dieses Video antworten. Mit irgendwelchen Themen, über die Fleischsaft und ich reden sollen. Es ist egal, welches Thema. Gott, die Welt, Krankheiten, Sex, ähm... Apfelkuchen... Zeit. Universum, Unendlichkeit, Physik, Mathe... Gedichte, Deutsch... Tiere... Ich hab keine Ahnung. Was wollt ihr wissen? Schreibt es in die Comments. Wir werden... Ja... Mal gucken. Entweder... Das, was uns am meisten zusagt. Worüber wir am meisten reden können. Oder was am öftesten genannt wird. Wir müssen mal sehen, was da kommt. Auf jeden Fall werden wir uns dann 15 Minuten irgendwie darüber auslassen. Und das wird spaßig. Ja, soweit so gut. Kommentiert drauf los.